ARD Text im Auftrag von Funk Ich geh auch schon mal drauf. Ja. Ja gut, ich geh jetzt vom Test runter, ich seh jetzt dann durch Skype, ne? Mhm. Ich hoffe, bei mir ist kein Zombie. Ja, weiter nimmst du jetzt schon auf, oder? Ja, schon 17 Minuten eigentlich, seitdem ich warte. Ja gut, okay, dann geh ich jetzt vom Test runter. Und dann, ja, okay. Dann, wir gehen, ne? Ja. Krass. Krass. So. Wer ist denn jetzt noch alles im Channel? Heute war ich auch Freitag. Was? KKB oder was? Battle? Wer, wer battle denn da? Ja. Was? Das ist heftigste Veri, was von allen kommt, ja, Alter. Bei Wackers? Nein, nein, Wackers kommt dann zu. Ist das? Ja, das ist so viel heftiger bei Wackers. Äh, weiter kommt, äh, Ribbon gegen Brambala. Das soll krass sein? Beide sind voll gut. Überleg grad, was Brambala oder? Nichts! Alter, Wackers kommt einfach. Wack, wack, wack. Wack, wack, wack. Jetzt kommen die einfach, die Peno. Oh. Der Toro. Was sieht hier da eigentlich jetzt gerade genau. Ohau oder was? Kom, ich komm mit dem Projekt nicht klar. Magic Games. Magic Games. Magic Games, nimm jetzt. Ohau, ist vorbei. Echt? Ja. Wir hatten ja gewonnen. Ok, die Webseite ist, ich weiß nicht wie er ist. Ich werde gegen Marcel und Moiko im Finale. Oh ja, der hat die beiden fass ich gemacht. Oh, jetzt ein Geburtstagsschenk hier auf meinem Server, wenn das Projekt startet, wenn schon Kata und Erik Geburtstag haben. Gibt's denn hier? Achso. Niklas, kommst du mit? Ich wollte so einen riesigen Geburtstagskuchen bauen, wo die dann beide draufstehen. Bleib, äh, das ist ausmütig. Warum komm ich immer näher an den Spawn? Was ist das? Ich komm immer näher an den Spawn, da will ich nicht hin. Din. Der voll ist weg vom Spawn. Voll. auf dem Tisch in der Kirche ewig die Monaco hat den Rang wie Loks und ich kann meine Kinder Ich bin immer noch so nahe. Wie kann man denn, kann man irgendwie Barrieren als Block setzen? Ja. Wie geht denn das? Muss ich Slash geht oder was? Mhm. Welche ID hat denn das, weißt das jemand? 166, cool. Nein. Achso, na gut, wir haben jetzt Modback, das ist Charged Certus Quartz für uns. Gibt's in der 1.7 überhaupt eine Barriere? Ja, die gibt's schon. Oh man. Oh man. Ich will auch so'n Sneaky Jump'n'Run machen, wie Neil das gemacht hat bei seinem Projekt. Neis. Was sind die überhaupt im Spawn'n? So... Ich muss gleich kurz schauen, welche Koordinaten. Der hat es gerade geschrieben. Och mann, jetzt hängt es gelb. Okay, warte. So. Ja, weißt du was, Niklas, wir geben dem den Rang Geburtstagskind? Nein. Was denn denn? Das ist voll unnötig. Komm, das müssen wir aber machen. Ja, mach, komm, mach ein Blöcke, alles Gute zum Geburtstag. Für wen? Ja, für Kata und Erik. Für den selbst. Nein, für Nox, komm Erik. Ja, Nox ab. Wenn ihr ein Geburtstagsgeschenk für den macht, dann denkt der, seine Existenz juckt jemanden. Das wollen wir ja nicht wollen. Ja. Das wäre ein bisschen scheiße. Das stimmt. Weil sie nur verdreamt haben. Was macht ihr jetzt eigentlich in Magic Games? Ich empfehle ihn. Ich empfehle ihn. Ich empfehle ihn. Wer zeigt. Ich bin die ganze Zeit verstanden. Schillen. Schillen. Ja, ich spiel auf Schillen. Äh. Ne, du machst auch mit. What the fuck? Alter. Kleine Team mit dir. Ich habe keinen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Ich habe keinen Bogen. Oh, scheiße. Leck. Böse roll, sie weg. Geh weg, roll. Kämpft der schon? Ja. Nein. 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 Scheiße. Ich leck. Lauf weg. Lauf weg. Ey, was macht ihr denn hier? Kämpft ihr gegen den Zombie oder wie? Nein. Es leckt so sehr. Alter, ich leck auch gleich die Füße deiner Oma. Es leckt so sehr. Was ist denn da los? Komm, bin ich an der Borde, leck das so übel ins Gras. Ist das jetzt besser? Ja. Ich bin echt nett. Kannst du die auch rein und ausziehen? Ja. Komm, bin ich an der Vanoqu? kann ich nicht andersrum sein? Ich пам, bin ich ein Ziel? Du kannst dich einidoreser. Komm im was aufgrund der border ist aufgrund der borde gestorben das tust du eric dass wir deswegen ganz schnell abreißen können ich möchte das bringt kein spaß mal kurz schauen ob jemand ernsthaft keiner gefunden ok wie findet man dieses versteckt nicht ja jetzt der eine punkt dann hier drüben muss ja auch ein bisschen tiefer so da sind wir jetzt auch raus ich schaue ja gerade kurz wo mein table ist wie es aussieht wurde doch schon meinen table weg gemacht oder vielleicht nur weil jetzt was gerade nicht sehe ich sehe es nicht kann man schon mal anfangen die grundstücke den usern zu weisen oder oder auf jeden fall die die fest drin sind ja wir wollen zum beispiel schauen wir kurz wo die sind würde vier sparen wo meine sachen ich würde sagen wir vier marco machen ja auch mit ja wir vier nehmen uns hier die eine seite also ich habe nur meine rechte ausgenutzt und wollte in einem passend geschützten in dem grundstück 11 12 12 13 14 15 einfach 1 2 3 4 nun wohnen kommt schön abgehoben wie die 10 endet die noch 1 2 3 4 die 10 und diese so leute dann mache ich einfach mal schluss ich schaue richtung border es leckt total und ja ja leute und bis zum nächsten mal ach die rechte